Lassen wir auch. Watt los! Nichts, ich versuch nur ein- oder auszupacken. Die Olle feiert es, wenn ich die Reifen quietschen lasse. Ich glaub's nicht. Echt jetzt? Ja. Lol. Auch nicht schlecht. Also wenn ich sogar quasi Leertaste gedrückt halte. Jetzt darfst du. Sehr schön. So. Oh, scheiße ist ja arschteuer, das ganze Zeug. Karosseriefarbe. So, ich lass das mal gerade so. So, nur ne Kleidung. Ja. 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 Mh Juuuui Der Speed von der Bullenkarre läuft sowas von klar Willst du noch einen Auftrag raussuchen oder? Ja, haben wir doch noch, das gehört noch dazu Kleidung kaufen Achso Kleidung kaufen? Ja Muss ich einmal gucken auf der Karte, wo du bauen willst Bist du da bei so einem Geschäft oder? Ja, ich steh direkt davor Alles klar, dann komm ich Dann komm ich Kaufe ein paar neue Klamotten, oh ja auf jeden Fall Oh fuck So Mein armes Auto So Wir haben Swag Deswegen kaufen wir diese Diese Hüte brauche ich noch Ich mache mal so einen richtigen Scheiß, glaube ich Also mit den Klamotten laufe ich auch nicht weiter rum Wieso? Ne, lass mal Die sind super sexy Geil, Wild West Hood Das kann es dir nicht geben, wie das aussieht, Mann Äh, BH Komfort-BH, ne? Äh, äh, äh Muss ja Aber die Brillen sehen ja auch nicht gerade sooo schick aus, ne? Äh, es gibt ein paar ganz gute Ich brauche irgendein Ach, das ist doch nicht Ka- Ach, nein Scheiß, ich hätte mir das Cowboy-DLC kaufen müssen So? Ja, den ich jetzt ein bisschen Cowboy-Look gehabt Den ich jetzt... Oh! Ich habe auch keine, äh Ah, nicht Perlenkette, bist bescheuert Ja, doch Perlenkette Ach, das passt alles nicht, äh Ach, das passt alles nicht, äh Ach, das Darm-Jackett, ne Tiefer Ausschnitt, ja, das muss sein Das stimmt Wie sieht ja gut aus Rot ist auch schön Korb Ah doch, ging... äh, Hüte So, guck mal, ob ich das hier bis irgendwie rot färben kann Ja, ist mir auch, ist mir auch gefallen, dass viele Klamotten auch noch aus dem vorigen Teil sind Ja, klar So Wie geht das an? Das ist die Frage, ne? Naja Die Schuhe gehen eigentlich voll klar Muss schon rot sein, sonst sieht es dann gut aus So Unterkörper Hose So Und die Unterwäsche ist wichtig Keine Ha, ha, ha Nein Gott zum Himmel zu, sowas mach ich nicht Ja, 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 ja Schlimmer nehmen Piercings Ah, nee, nee Ah, nee, Vampir-Schreckohrringe Okay Klar, auf jeden Klar Edelstein, komm hier Ha, ha, ha Mach grün denn Nee Mach mal tief lila Ah Hinde, äh Äh, äh Lederhandschuhe Lederhandschuhe Nee, nee Nee So Ein wenig grotesk genug Fördern Ob das so noch rot gut aussieht Die Musik, die Mucke geht aber total hier drin Ja, aber ich lass es lieber nicht hier liegen, da geh mal nachher Da hab ich keinen Bock drauf Also wenn das schwätzt, war sowieso gerade drüber Deswegen, äh, darfst du das eigentlich nicht machen Outfits, Anzügekleidung, äh, Gott Oh, noch 100 Dollar Äh Äh Gib dir das bitte mal mal ne Kleidung, ey Sieht nicht gut aus, nee, warte Ah, Unterkörper, Unterkörper, Unterkörper So Welche Schuhe hatte ich denn gerade, so Kannst du nichts haben So Keine Ohrringe Also, Venture, Denture, ne Hand Ey, da gib dir mal meine Aussehen, ne Schuhe Ich höre auch so viel, wenn ich ganz ehrlich bin Oh, ich hoffe, ich störe dich jetzt nicht im Laden Äh Spiel Spiel Hallo Floschi Floschi Okay Scheiße, mein ganzer Rechter hat sich auf Floschi Scheiße Ohhhh Na Oh shit, da hängt mein ganzer Rechner Oh Oh shit, da hängt mein ganzer Rechner Floschi Floschi Ohhhh Könnte es auch sein, theoretisch, aber ne, ich bin online Ne, bei mir hat es gerade auch das Spiel kurz gerecht, echt die Weile durchgehangen Ja, ich hatte noch Ja, ich habe auch noch einen rausgeholt, da warst du weg Ich denke ich nur, oh, was sind jetzt noch einmal Die Verbindung zum Host wurde getrennt Oh, dachte ich nur, fick dich Ja, bei mir hat es echt gehangen, daran liegt es denke ich mal So, ich kann dich aber auch direkt einladen, weil wir jetzt zum Glück nicht in der Mission sind Solltest du da sofort wieder rein können Also irgendwie hat es, hat es ja Style Ich glaube ich erinnere, mein Design diesmal auch öfters als in, damals noch, als noch im, äh Dritten, Saints Row Ich finde dich nicht, ich finde dich nicht Findest du nicht das Spiel? Nein Dann muss ich kurz das Spiel wieder neu starten Also nicht das Spiel, aber Die Sitzung Hashtag technische Probleme Online, mit euer Spielladen Anpassung Machen wir gleich noch eine Mission Wie gesagt, Nebenmissionen sind immer praktisch, weil du ein extrem viel Gadgets und so davon kriegst Du hast nämlich in dem Spiel mal die Auswahl zwischen Haupt- und Nebenmission So, Floschi Okay Okay, primäre Aufgabe Kampf Ja, dich möchte ich annehmen Wie viel Geld Oh, ich hab 132 Dollar Wow Ich hab keine Ahnung, wobei meins noch gespeichert hat Was ich schon gekauft habe Ja, es wäre doof wenn ich nochmal einen dritten konntest ja einmal speichern So, jetzt muss ich jetzt aber zu dir kommen, weil ich mit dem Einkauf noch nicht fertig war Upala Hab ich wohl jemand getötet Oha, sogar die Kirche läutet Au Au Oh Scheiße Aua, au 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 so wo bin ich denn jetzt überhaupt ich komme nicht abholen ich werde erst mal auf der Karte gucken wo ich überhaupt bin ich starte meine Mission dann treffen wir uns sowieso oh wir können Bargeld abheben wow so viel Bargeld wow lerne die Regeln ja warte ja geil was geht denn jetzt ab ah was machst du ich war noch nicht fertig beim einkaufen ach so ich musste erst mal wieder hin musst du neu kaufen oder wie nein nicht alles nur ich war da ja gerade bei was soll und auf einmal wurde ich ja rausgeschmissen oh ja so so kurz bin ich heute ab aber ich bin angekommen das heißt ich kann jetzt die Mission starten warte das brauche ich nicht einzüge Kleiderschrank ok da war nicht mehr ja dann kannst du starten auch so 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 sehr schön Daten sammler also oh So, von kurzem auf fünf? Ja. Muss ich gleich los. Ja, machen wir noch ein bisschen dann, oder? Ja. Gut. Oh. So, fahren wir wieder an. Also, eine Datensammlung hab ich gerade eingesammelt. Oh, okay. Ich fahr gerade zum nächsten. Ja, ich auch. Mal. Mal. Wo ist die Datensammlung? Hab sie. Aber meine hast du ja nicht.